Aber diese Sicherheitsgarantie, auch die Präsident Biden ausgesprochen hat, die ist doch wirklich ein richtiges Fund. Es ist eine Sicherheitsgarantie, wie die USA, die zum Beispiel auch Israel geben. Und wir wissen ja, die USA sind der wichtigste Verbündete Israels. Und damit hat man doch tatsächlich in der Ukraine schon eine Menge erreicht, dass man diese starken Partner und nicht nur die USA, sondern die ganze NATO an der Seite hat. Wir müssen uns ja fragen, was für unsere Sicherheit am besten ist. Wir dürfen nicht so tun, als ginge es darum, der Ukraine einen Gefallen zu tun, sondern was ist für die Sicherheit in Europa am besten? Und wir wissen, dass die NATO-Mitgliedschaft der Staaten im Mittelosteuropa letztlich dazu beigetragen haben, dass dort Stabilität herrscht und dass die Menschen sich dort gut entwickeln können. Und es ist auch für unsere wirtschaftliche und friedliche Entwicklung hier ein guter Weg gewesen. Was Israel betrifft, muss man ehrlicherweise sagen, Israel hat Atomwaffen. Das verlässt sich nicht nur auf die USA, sondern hat auch eigene Atomwaffen. Ich weiß nicht, ob man in der Ukraine über so eine Frage nachdenken will und ob uns das hilft, wenn darüber nachgedacht wird. Aber Zusagen in dieser Form heißen natürlich auch nicht nur Geld, sondern die heißen echtes Material, Munition. Das muss produziert werden. Also wenn man diesen Weg gehen will, dann muss man dringend die Produktionskapazitäten hochfahren. Das reicht noch nicht, was wir im Moment herstellen. Das geht nicht, was wir im Moment herstellen. Vielen Dank.